Lange war es ruhig im Verleumdungsprozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Jetzt kommt frischer Wind in die Geschichte. Johnny Depp hat Berufung eingelegt. Was das für das Verfahren exakt bedeutet und wie es jetzt weitergeht, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock habt, abonniert gern diesen Kanal. Wir verfolgen das Spektakel rund um Johnny Depp und Amber Heard ja schon eine ganze Weile. Und Anfang Juni endete der sechswöchige Gerichtsstreit zwischen den beiden. Und jetzt will ich euch kurz nochmal zusammenfassen, was da passiert ist und wie es jetzt aktuell in dem Verfahren steht. Denn geendet ist nur die erste Instanz. Also 2018 veröffentlichte Heard in der Washington Post einen Kommentar, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt darstellt. Sie sagt zwar nicht, dass es Johnny Depp war, der ihr Gewalt angetan hat, aber das wird allen Beteiligten schnell klar. Aus dem Artikel. Johnny Depp klagt 50 Millionen Dollar Schadenersatz ein. Heard will sich das nicht gefallen lassen. Reicht eine Gegenklage auf 100 Millionen US-Dollar ein. Und sie sagt, naja, Depps Anwalt, der hat Aussagen getätigt, die mich hier verunglimpfen. Verunglimpfen, das ist ein Schwindel. Und insofern kriege ich jetzt 100 Millionen von Johnny Depp. Die Medien und das Internet hat den ganzen Prozess als Schauprozess verfolgt. Es ist gestreamt worden. Es gab Fangemeinden für die eine oder die andere Seite. Und in der öffentlichen Meinung, das muss man wohl sagen, war Johnny Depp der Gute, wenn man das so sagen kann, und sie die Böse. Und das wird gleich noch eine Rolle spielen bei den Berufungen, die die beiden eingelegt haben. Die Laienjury, die entschied größtenteils zugunsten von Johnny Depp. 10 Millionen soll er von ihr kriegen, soll ihr aber auch gleichzeitig 2 Millionen zahlen. Weil sein Anwalt diese Aussagen getätigt hat, diese Aussagen, dass sie die Unwahrheit sagt. Das sah sie wiederum als verleumderisch an. Ablauf pro Gericht. Wir versuchen für euch von Facebook 1000 Euro zu bekommen. Das geht ganz schnell. Ihr checkt es mal eben aus. QR-Code abfotografieren oder eben in die Caption gehen. Da ist auch der Link. Dann kommt ihr hier drauf, gebt die Handynummer ein und wir sehen, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Datenleck. Lohnt sich auf jeden Fall. Fakt ist jedenfalls, nachdem Amber Heard Berufung eingelegt hat, hat jetzt auch Johnny Depp Berufung eingelegt. Denn er will die 2 Millionen nicht an Amber Heard zahlen. In Deutschland, da wäre die Berufung die zweite von insgesamt drei Instanzen. Und im Berufungsverfahren hier sind alle Beweismittel nochmal zugelassen, werden neu aufgerollt, Zeugen werden nochmal neu gehört. Und das Gericht trifft genau wie in der ersten Instanz eine ganz eigenständige Entscheidung. In der dritten Instanz bei uns in Deutschland, die Revision, da hat man keine weiteren Zeugen mehr. Da wird nur noch geschaut, ob das Berufungsgericht Rechtsfehler begangen hat. Das ist in Deutschland der Instanzenlauf. Und in den USA läuft es ein bisschen anders. Da ist die Berufung ähnlich wie bei uns, die Revision. Das heißt, hier gibt es keine neuen Zeugen. Ganz so spektakulär wird es also jetzt nicht nochmal werden. In Deutschland würde es nochmal so spektakulär werden. In den USA aber nicht. Jetzt wird nur geguckt, ob das Verfahren fair war und ob das Recht richtig angewandt worden ist. Das ist genau, was man bei uns mit der Revision überprüft, die oft am Bundesgerichtshof stattfindet. Heard muss jetzt beweisen, dass die Richterin einen schwerwiegenden Fehler gemacht hat und sie im Prozess unfair behandelt worden ist. Das heißt, sie muss nicht die Fakten nochmal neu aufdröseln. Es geht einfach nur um die Entscheidungen der Richterin. Also nicht nur mal um Tatsachen. Das wird insoweit versucht, als das ein Behörd sagt, Naja, die Richterin hat Unstimmigkeiten begangen bei der Einberufung des Geschworenen Nummer 15. Es ist so, dass der Geschworene Nummer 15 jünger war als in den Gerichtsunterlagen. Und die Richterin hatte diesen ersten Einwand schon mal verworfen. Da muss man jetzt gucken, ob im Berufungsprozess das noch gebracht werden kann. Sie hat jetzt noch zwei weitere Angriffspunkte. Sie sagt, dass die Geschworenen verwirrt gewesen sind. Das Gericht hätte Beweise zugelassen, die es nicht hätte zulassen dürfen. Und alle seien negativ verembert gewesen. Das ist das, was sie sagt. Depp hätte aber Beweise vorlegen können, die nachteilig für sie sind. Und die werden dann akzeptiert worden. Also sie hätte Beweise bringen wollen, die dann nicht akzeptiert worden sind. Er hat Beweise gebracht, wo sie glaubt, die hätten nicht akzeptiert werden können. Es geht vornehmlich um diese Beweise, die dort vorgebracht worden sind. Und damit will man eben der Richterin ein unfaires Verfahren zur Last legen, wenn man so will. Das ist der erste Ansatzpunkt. Und der zweite Ansatzpunkt ist die öffentliche Stimmung. Da muss ich natürlich auch sagen, die war schon zu Lasten von Amber Heard und zugunsten von Johnny Depp. Und jetzt sagt Amber, naja, die Jury-Mitglieder, die sind durch diese Stimmung beeinflusst worden. Und sie waren immer wieder pro-Depp, pro Johnny Depp in den sozialen Medien und eher anti-Amber Heard. Und insofern hat sich die Jury hier beeinflussen lassen. Man hätte gar keinen Livestream zulassen dürfen. Und zumindest hätte man die Jury, die Geschwore, dann auffordern müssen, nicht über Social Media den Fall zu verfolgen. Und für solche Prozesse sieht das US-Recht die Möglichkeit vor, oder gibt die Möglichkeit, dass die Laienjury abgeschottet wird. Im OG-Simpson-Prozess war das so. Da sind die, glaube ich, wochenlang weggesperrt worden. Aber das ist was ganz Seltenes. Und vor allen Dingen, denen auch Social Media zu verbieten ist und den Kontakt zur eigenen Familie ist wirklich so eine Ultima Ratio. Ist auch nicht zeitgemäß und irgendwie nicht realisierbar. Aber das sagen jetzt die Anwälte von Amber Heard. Und sie sagen auch, dass die Entscheidung zur Live-Übertragung so hätte nie getroffen werden dürfen. Und Johnny Depp sagt jetzt in seiner Berufung, dass er sich gegen die Verurteilung zur Zahlung von 2 Millionen US-Dollarn wehrt. Und er sagt, naja, ich kann ja nicht haften für Aussagen meines Anwalts. Also sein Anwalt hat in der Öffentlichkeit gesagt, die Amber Heard, die lügt doch. Das soll jetzt unwahr sein, sagt Amber Heard. Und es soll eine Beleidigung gewesen sein auf alle Fälle. Soll Depp dafür die 2 Millionen zahlen? Er sagt, das ist doch nicht mein Problem, wenn mein Anwalt sowas sagt. Hat mich ehrlicherweise auch gewundert, dass er dafür verurteilt worden ist für Aussagen seines Anwalts. Wie inwiefern ihm die zugerechnet werden können, wird jetzt Teil des spannenden Berufungsverfahrens. Wer also das auch noch mitverfolgen will, der kann hier ein Abo dalassen. Wir verfolgen das selbstverständlich auch. Allerdings dauert das ein bisschen. Bis zu 2 Jahre kann so ein Berufungsverfahren in den USA dauern. Kostet hunderttausende Euro. Ist also nochmal eine finanzielle Belastung für Depp und für Heard. Wahrscheinlich für Amber Heard, ich tippe mal, die hat ein bisschen weniger als Depp, nochmal viel krasser. Bin gespannt, was das Gericht da dann entscheiden wird, ob die Live-Übertragung korrekt war. Fakt ist, dass dieser Prozess nicht nochmal live entschieden wird und dass es jetzt Berufsrechte geben wird, die die Berufung entscheiden. Also eine öffentliche Schlammschlag, die ist hier ausgeschlossen oder jedenfalls weniger wahrscheinlich. Ich halte euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Und wenn ihr ein Abo dagelassen habt, dann kriegt ihr es automatisch mit, wenn es da was Neues gibt. Denn wir beobachten solche Sachen ja, bleiben dran und binden solche Storys fort. Einzweilen, danke euch für eure Aufmerksamkeit. Soweit kurzes Update zum Fall Johnny Depp, Amber Heard. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und hier sind noch zwei Videos, die ihr ebenfalls mögt. Morgen sehen wir uns in gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.